Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns und heute lehrt ihr alles, was ihr wissen müsst zu dem Thema Innenausbau eines Neu-England-Hauses. Mein Name ist Carmen Knothe und ich bin von Greenville und wir bauen seit über 20 Jahren Häuser mit Seele. Erst einmal für euch die grundlegenden Abläufe, wie ein Innenausbau von einem Neu-England-Haus von uns funktioniert. Als erstes, wenn das Haus komplett montiert ist, dann bedeutet das, dass es außen vollständig fertig ist, dass es gestrichen außen fertig ist. Es sind die Fenster drin, es sind die Außentüren drin. Die Innenwände sind alle gestellt und werden anschließend mit Gipskarton bzw. mit OSB und Gips oder mit Pharmazell oder mit Gipskartonplatten, die für Nassräume geeignet sind, geschlossen. Das ist der allererste Schritt. Danach beginnt der Innenausbau. Das bedeutet von der Reihenfolge. Zuerst werden die Wände gespachtelt, danach werden sie gestrichen. In der Zwischenzeit beginnt bereits der Fliesenleger und fängt an, den Eingangsbereich oder die Bäder zu fließen. Danach wird alles einmal komplett weiß gestrichen. Das ist wichtig, dass nicht gleich farbig gestrichen wird. Farbig streichen wir in diesem Stadium nur in ganz großen Ausnahmefällen. Warum ist das so? Wenn die Farbe an der Wand ist und sie ist eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen dran und jemand kommt und legt dann den Boden oder baut Möbel ein und stößt gegen die Wand und es ist ein Fleck drin. Das kriegt ihr nicht mehr herausgearbeitet. Da müsst ihr die gesamte Wand nochmal neu streichen. Das ist bei weiß nicht so. Da sieht man das nicht so. Da fällt das nicht auf. Also es wird alles komplett weiß gestrichen. Parallel arbeitet der Fliesenleger bereits in den Bädern oder im Eingangsbereich oder wo Fliesen hin müssen, auch im Mudroom. Und anschließend, nachdem die Wände weiß sind, wird der Boden gelegt. Es ist nicht andersrum, nicht zuerst der Boden und dann wird gestrichen. Nein, der Boden wird nach dem Streichen gelegt. Warum ist das so? Ich muss den Boden nicht mehr schützen. Ich muss ihn nicht abklegen. Ich spare mir einen ganzen Arbeitsgang. Ich muss nicht darauf achten, dass ich kleckere und so weiter. Und danach kommt der restliche Finish. Also danach, wenn der Boden gelegt ist, kommen die Sockelleisten, kommt die Treppe, die Möbel. Also dann kommt der Finish. Aber in dem heutigen Video will ich euch einiges zeigen, damit ihr das lernt, wie man in dem Neuenglandhaus den Gipskarton, wenn er an der Wand ist, bearbeitet. Und der Gipskarton ist sehr, sehr, sehr glatt. Das heißt, ich muss da nicht vollflächig verspachteln, sondern er ist von sich aus schon so glatt. Glatter kriege ich es nicht mit einer Verspachtung. Glatter kriege ich es auf keinen Fall mit Putz. Wir arbeiten in den Neuenglandhäusern nicht mit Putz im Innenbereich. Das ist etwas anders, als wenn ihr ein Steinhaus baut. Dann muss es in der Regel geputzt werden, sonst bekommt ihr keine glatte Oberfläche. Aber die Oberfläche vom Gips ist so glatt, da könnt ihr tapezieren drauf, da könnt ihr malen drauf, da könnt ihr Muster drauf malen. Alles, für alles geeignet. So, wenn ihr spachtelt, was braucht man als erstes? Wir nehmen sehr gerne, wir greifen sehr gerne auf diese Produkte von Knauf zurück. Das ist Fertigspachtel. Warum Fertigspachtel? Man kann ihn auch nehmen zum Einrühren. Wir nehmen Fertigspachtel, weil das unglaublich Zeit spart und weil der Spachtel schon die richtige Konsistenz hat. Das heißt, beim Q1 und Q2-Spachteln, das ist der Qualitätsstufe 1 und Qualitätsstufe 2, da braucht man einen Spachtel, der etwas cremiger ist. Und bei der Q3-Verspachtelung, das ist praktisch der letzte Spachtelgang, da braucht man eine Konsistenz, die etwas schwerer ist, also nicht so cremig ist, sondern etwas mehr Gips drin hat, mehr Substanz drin hat. Deswegen die unterschiedlichen Spachtelsorten. Diese Qualitätsstufen sagen praktisch, wie viel Spachtel eingearbeitet wurde. Bei der Q1, also Qualitätsstufe 1, das bedeutet, dass wenn die Gipskartonplatten an der Wand sind, dann haben die Phasen. Das heißt, von sich aus, wenn man Gipskarton kauft, in der Regel haben wir auch von Knauf Gipskarton, dann haben die bereits Phasen, sodass der Spachtel in so eine Phase, wenn die Stöße aneinander gehen, hineingearbeitet werden kann. Wenn es unkontrollierte Stöße gibt, wenn ich zum Beispiel zum Schluss bloß noch 50 cm übrig habe, dann kann ich nicht dort eine fertige Gipskartonplatte reinmachen mit einer Phase, sondern ich muss sie schneiden. Und wenn die geschnitten ist, dann muss man eine Phase herstellen. Und dafür gibt es so einen Gipskartonschneider, den man so ansetzt. Und dann schneidet der hier, das ist sehr scharfe Klingen drin, schneidet der genau eine V-Fuge rein, sodass man seine Phase hat. Also so ein Gerät benötigt ihr. Dann, wir arbeiten mit ganz normalen Spachteln. Gibt sicherlich auch Maschinen oder Ähnliches dazu. Wir machen alles in Handarbeit. Und was hier natürlich was ganz wichtig ist, das ist Gewebe. Erkläre ich euch gleich, wozu. Und wir brauchen noch Eckschienen. Und dann haben wir für die Eckschienen noch separate Gipsmasse, die wir anarbeiten. Oder besser gesagt, die wir eingerührt wird mit Wasser, die genau die Prozente stehen auf der Verpackung oben. Und damit werden diese Schienen hier eingearbeitet. Erkläre ich euch auch gleich im Näheren. Also, wenn das Haus geschlossen ist, die Wände geschlossen sind, dann habt ihr überall diese V-Fugen. Ihr kontrolliert die Stöße, wo die Fuge nicht automatisch durch den Kauf der Gipskartonplatte da ist. Wenn sie nicht da ist, wird sie nachgearbeitet. Einmal mit diesem V-Fuge-Hobler, Gipskarton-Hobler. Und dann geht es los mit dem ersten Spachtelgang, mit dem Q1-Spachtelgang. Mit dem Spachtel wird ordentlich von dieser Masse herausgeholt, wird praktisch auf dem Spachtel gemacht, das Ganze eingearbeitet und anschließend wird sofort das Gewebe eingearbeitet. Also bereits beim Q1-Spachtel kommt das Gewebe rein. Das Gewebe ist dazu da, das Haus arbeitet. Ihr werdet das auch, wenn ihr nicht richtig arbeitet, manchmal kann man auch nichts machen, weil das Haus arbeitet einfach noch zwei Jahre. Man sagt, man muss zwei Winter warten, ehe sich das Haus zur Ruhe gesetzt hat. Das Haus muss sich auch an euch gewöhnen. Das heißt, jeder hat ein anderes Kochverhalten, jeder hat ein anderes Duschverhalten. Manch einer schläft mit offenen Fenstern, manch einer mit geschlossenen Fenstern. Manche Jahre ist draußen eine höhere Luftfeuchtigkeit, im Sommer vor allen Dingen. Das heißt, es ist Holz und das ist ein natürliches Produkt. Das atmet, das schrumpft und das hat einen ganz normalen Schrumpf- und Kriechprozess. Und um diesen aufzunehmen und keine Risse in der Wand zu haben, dafür braucht man das Gewebe. Dieses Gewebe kommt praktisch auf die Fläche, sowohl in den Decken als auch in den Wänden. So, danach kommt der zweite Spachtelgang, der Q2 und der wird auch nochmal mit dieser Masse gemacht. Das heißt, dazwischen müsst ihr mindestens einen Tag warten. Das heißt, es muss alles richtig trocken sein. Erst dann könnt ihr mit dem nächsten Spachtelgang nochmal darüber gehen. Und dann haben wir hier noch etwas ganz Interessantes. Das zeige ich euch gleich, wie das eingearbeitet wird. Das ist ein Band, ein Gewebeband, was wir in die Ecken einarbeiten, sowohl beim Gebäude, also in die Wendeecken, als auch in die Wanddeckenelementeecken. Das müsst ihr machen, weil genau die Eckverbindung, wir sagen auch Ixl dazu, das sind die, die am meisten arbeiten. Und ihr wisst, wenn ein Gipskarton richtig trocken ist und dahinter bewegt sich die Wand, knallt es, macht es immer klack und dann ist die Wand offen. Das ist zwar nicht schlimm, aber es sieht nicht gut aus. Und dafür ist dieses Gewebe, um einfach diese Bewegung mit aufzunehmen, damit das nicht passiert. Man kann es nicht 100% ausschließen. Wie gesagt, man muss mindestens zwei Winter durch abwarten und mal heizen, bis sich das Haus an euch gewöhnt hat. Und dann kann man sicher sein, dass es nicht mehr aufgeht. So, dann haben wir an vielen Fenstern, wenn ich es jetzt hier bei diesem Fenster zum Beispiel sehe, hier kommen Fensterlaibungen aus Holz ran. Das heißt, dann muss ich innen gar keinen Gipskarton reinmachen. Dann brauche ich das gar nicht zu schließen, sondern es bleibt offen, weil hier wird alles mit Holz verkleidet. Es wird unten genauso wie oben wie rundherum und das sind die schönen Laibungen, mit denen wir immer arbeiten, die ihr bei uns aus den Häusern alle kennt. Wenn ich so eine Laibung nicht habe, dann benötige ich aber so eine Eckschiene. Und diese Eckschiene, die kommt praktisch, wenn hier nochmal Gips ran gemacht wird, ich zeige euch das gleich in einem anderen Bild, dann kommt diese Eckschiene hier ran und die wird praktisch mit diesem angerührten Gips, dafür eignet sich der Fertigspachtel nicht, sondern wir arbeiten das dann mit diesem angerührten Gips ganz fest ein, bis man gar nichts mehr sieht von dieser Schiene. Das Wichtige ist, dass die Schiene nicht press unten und oben angebaut wird, wenn das einen Schrumpfprozess hat, was ihr vorher nicht wisst. Man kann sich bemühen, so viel man will. Das ist alles Konstruktionsholz bei uns. Das heißt, die Ständer können sich theoretisch auch nicht verbiegen, weil sie zusammengeklebt sind und nicht sich drehen, wie das natürliche Holz gewachsen ist. Aber trotzdem, ihr steckt nicht jedes Mal drin. Wenn ihr das zu Press oben und unten die Schienen anstößt und es schrumpft, dann drückt euch die Schienen raus und dann seht ihr die Schienen vielleicht nach einem Jahr oder sowas, dann seht ihr auf einmal die Löcher an den Seiten oder muss das nachgearbeitet werden. Das ist auch nicht schlimm, kann man machen, aber bringt nur Ärger und muss nicht sein, wenn man es gleich von Anfang an richtig macht und einfach eine Lücke lässt oben und unten. Jetzt ein Raum, wo die Eckschienen schon angebracht sind und das, was ich euch gerade gezeigt habe, diese Eckschienen, die sind hier eingearbeitet, rundherum um das Fenster. Da seht ihr das schon und das ist jetzt der Q1-Spachtelgang. Das heißt, ihr könnt direkt noch erkennen, dass hier diese Noppen, wo sich der Spachtel richtig hineinarbeitet, damit das richtig gehalten wird und richtig fest ist, die könnt ihr hier nur durchsehen. Die sieht man dann beim Q2-Spachtel nicht mehr und ab Q3 sowieso nicht mehr. Und hier ist auch noch eine Außenecke. Das ist praktisch nicht nur an den Fenstern, sondern auch alle Außenecken werden so eingespachtelt. Und gerade bei den Außenecken ist es eben auch wichtig, dass ihr unten immer eine Lücke lässt, damit das Ganze, wenn es arbeitet, sich nicht rausdrückt. Und hier sieht das auch ganz professionell eingespachtelt in Q1-Qualität gerade. So, jetzt zeige ich euch das Einarbeiten der Gewebe in die Eckverbindung und Wandverbindung. Zuerst wird der Streifen abgemessen von einer Wand zum nächsten, den man braucht. Dann wird der einmal schon vorgeknickt, damit man das nicht machen muss. Dann wird die Wand ordentlich gereinigt, dass alles ganz, ganz glatt ist. Und dann ist es ganz wichtig, dass nicht zu viel Spachtel aufgetragen wird. Wir nehmen extra das Gewebe mit den Löchern, weil wenn zu viel Spachtel eingearbeitet wird, dann kann der aus diesen Löchern hier heraustreten. So, und jetzt seht ihr schon ganz toll, wie der junge Mann das von uns vorbereitet, wie der Spachtel glatt gezogen wird. Und das ist jetzt alles noch das Q1-Spachtel. Für dieses Einlegen des Gewebes gibt es auch Maschinen. Wir machen es grundsätzlich mit der Hand. Natürlich auch mit der Kelle ordentlich die Ecken einarbeiten, also das Eckgewebe reindrücken in die Ecke. Jetzt wird einmal noch überspachtelt. Dann alles, was jetzt aus den Löchern herausgedrückt wird, das wird abgezogen. Ja, und dann ist Q1 fertig. Bevor ihr Q2 darüber spachtelt, müsst ihr mindestens einen Tag warten. Es muss richtig trocken sein. Dann kommt erst der Q2-Spachtel darüber. Und diesen Arbeitsgang zeige ich euch im nächsten Video. Was wir uns jetzt anschauen, ist die Vorbereitung für den Fliesenleger, weil der arbeitet zur gleichen Zeit, wie hier der Trockenbau beginnt. Das heißt, wie hier Q1-Spachtelung gemacht wird, so beginnt unten der Fliesenleger mit den Duschen. Und das erkläre ich euch gleich unten auch. Und was ihr noch in den Nassbereichen beachten müsst, sage ich euch jetzt auch noch. In der Regel haben wir in so einem Neu-England-Haus zwei Nassbereiche, einem Obergeschoss, einem Untergeschoss, vielleicht noch ein Gäste-WC dazu. Jetzt sind wir hier im Obergeschoss. Der Unterschied dazu ist, dass im Obergeschoss eine Holzdecke ist. Das bedeutet, dass die Dusche hier anders aufgebaut werden muss, als im Untergeschoss, wo ich einen Betonboden habe. Also wo ich die Thermobodenplatte installiert habe, dort muss ein Auslass gemacht werden. Das zeige ich euch gleich. Jetzt sind wir hier in dem Bad im Obergeschoss in diesem Haus. Und ihr seht schon, dass an den Stellen, wo die Dusche ist, also wo es sehr nass ist und an der Decke, dass die Gipskartonplatten hier eine andere Farbe haben. Und das ist dazu da, dass diese Gipskarton farblich gekennzeichnet sind. Das heißt, sie sind wasserabweisend. Das ist der erste Schutz. Das Ganze muss noch anders vorbereitet werden. Dann komme ich gleich dazu. Aber ich zeige euch das hier einmal. Denn hier seht ihr mal eine sogenannte Schamwand, also eine halbhohe Wand zwischen Dusche. Hier kommt noch ein Glas rein zwischen Dusche und Waschbecken. Und hier seht ihr mal eine gehobelte Phase, wie ich das euch vorhin gezeigt habe. Das ist eine Gipskartonplatte, die nicht automatisch die Phasen aus dem Werk hat, sondern die manuell hier gehobelt wurde. So, und hier seht ihr den Duschbereich. Der ist hier aus Holz. Das erkläre ich euch gleich, wie man den aufbaut. Aber wir gehen jetzt erst mal hinunter ins Untergeschoss und ich zeige euch den Aufbau der Dusche im Untergeschoss in dem Betonboden. Also wir sind jetzt hier im Erdgeschoss. Und das Erste, was fertig gemacht wird, das ist dieser Matchroom. Warum diesen als erstes? Weil natürlich jetzt schon der Elektriker und der Heizungsinstallateur darauf warten, dass sie ihre Rohinstallation in diesem Raum fertig machen können. Und ihr seht, das ist alles jetzt schon Q1 abgearbeitet, Q2 abgearbeitet, es ist bereits ordentlich getrocknet. Und was jetzt unsere Leute machen, das ist die Grundierung. Und nach, also grundiert müssen die Gipskartonplatten werden und nach der Grundierung wird gestrichen. Es gibt doch Farbe, die bereits die Grundierung in sich hat, wo man diesen Arbeitsgang sparen kann. Aber hier in diesem Fall bei dem Matchroom haben wir das so gemacht, dass wir jetzt grundieren und danach mit Weiß streichen. Die Rohre von der Heizung, da ist vieles eben über dem Gipskartonplatten. Das heißt, es ist aufputzverlegt. Das hat mehrere Gründe, einmal vom Abarbeiten und einmal von der Revision. Das heißt, wenn was kaputt geht, dann ist es nicht in der Wand, sondern außerhalb der Wand. Und man kann nicht im Anschluss dann hinter diesen Rohren anfangen und streichen. Dann bepinselt man alles, ist nicht schön mehr. Ja, deswegen muss der Raum zuerst gestrichen werden, zuerst gefliest werden, damit die Wärmepumpe schon hochgestellt werden kann. Also dieser Raum muss als erstes fertig werden. Wir sind jetzt hier unten in dem kleinen Gäste-WC im Erdgeschoss. Das heißt, wir haben hier eine Thermobodenplatte. Das heißt, diese Bodenplatte ist fix und fertig, dass die Fußbodenheizung bereits integriert und der Belag kommt direkt drauf. Das heißt, es muss einmal noch richtig gesäubert werden, entweder abgeschliffen werden oder, wenn man eine Delle drin hat, dann muss es mit Ausgleichsmasse noch eben gemacht werden. Anschließend wird es grundiert und danach kann es sofort gefliest werden. Beim Bodenbelag ist es ein bisschen anders, aber dazu kommen wir im nächsten Video. Und hier seht ihr jetzt den Unterschied zu dem Obergeschoss. Das heißt, hier wurde bei dem Gießen der Bodenplatte ein Styrodurkern von ungefähr 4 cm eingelassen, sodass ich eine Lücke habe, sodass genügend Platz dafür da ist, dass der Heizungs- oder der Sanitärinstallateur dort seinen Abfluss integrieren kann. Diese Styrodurplatte wird anschließend rausgenommen. Der Sanitärinstallateur hat jetzt hinten die Vorbereitung für die Duschrinne und den Abfluss bereits eingebaut. Dort hinten wird die Duschrinne eingelegt. Und dann wird das Ganze, wir dichten alles mit Matten ab im Duschbereich. Also wir nehmen nichts anderes mehr. Also wir nehmen auch kein nichts Plüssiges oder sowas, sondern wir dichten alles mit Matten ab. Das heißt, es wird nach der Grundierung mit Matten ausgelegt, abgedichtet und anschließend kann es gefliest werden. Das zeige ich euch aber auch beim nächsten Arbeitsgang, wenn wir hier schon ein Stück weiter sind. Nochmal als Empfehlung, das sieht hier sehr kurz aus, aber ist es nicht, denn dahinter ist schon ein anderer Raum. Wir haben dort eine Nische, wo ein Schrank drin steht. Die Dusche ist wesentlich tiefer. Die Dusche sollte so tief sein, dass sie mindestens Minimum 1,20 ist. Wenn sie 1,20 ist, ich mache es immer 1,30, weil ich da sicherer bin. Bei 1,30 und 2% Gefälle, was ich hier habe, läuft kein Wasser raus, egal wie lange ihr duscht. Es sei denn, es ist verstopft, natürlich, dann läuft das Wasser raus. Aber wenn alles richtig gemacht wurde, der abflussfrei ist, dann könnt ihr bis bei 1,30 lange duschen, ohne dass das Wasser nach vorne rausläuft, wenn 2% Gefälle sind. Und das ist jetzt hier unten der Unterschied zum Obergeschoss. Dort, wo wir eine Decke aus Holz haben. Und diese Decke aus Holz, da seht ihr oben die Spanplatte oder die Werkstoffplatte. Und die Werkstoffplatte, da ist unten drunter die Decke mit ungefähr 30 cm Freiraum. Das heißt, der Siphon und der Abfluss wird in die Decke reingehangen. Also auf diese Werkstoffplatte kommt dann eine sogenannte Wedi-Platte, die auch befließt werden kann. Und anschließend ist der Aufbau genau der gleiche wie hier. Das heißt, es wird wieder mit Matten alles abgedichtet und dann kann es ganz normal befließt werden. Also die Lücke, die in der Dusche ist, wenn der Heizungsinstallateur seinen Siphon gelegt hat und den Abfluss gelegt hat und das Adapterteil um die Rinde zu stecken gelegt hat, dann wird das mit Beton ausgegossen. Und dazu nehmen wir einfach einen Feinbeton, den man mit Wasser anrührt und der relativ schnell abbindet. Und damit wird das glatt abgezogen. Und dann ist so eine Dusche fertig bei uns. Zum Abschluss jetzt noch eine Kleinigkeit, die aber sehr wichtig ist. Jetzt haben wir zwar hier nur die Thermobodenplatte und die ist auch schon lange trocken, weil die Durchtrocknung dauert sechs Wochen. Und das Haus, also wenn die Bodenplatte fertig ist und bis das Haus montiert ist und bis hier die ersten Arbeiten reinkommen, sind in der Regel sechs Wochen locker vergangen. Aber was trotzdem wichtig ist, durch dieses ganze Spachteln und alles, kommt noch sehr viel Wasser in dem Haus zusammen. Und das muss mit so einem Gerät, was ununterbrochen laufen sollte, abgesaugt werden. Wir haben keinen Nassästrich und gar nichts. Da habe ich trotzdem so viel Wasseransammlung und das muss immer ab und zu geleert werden. Also das ist noch ganz wichtig, dass ihr diesen Entfeuchtern, das die ganze Zeit laufen lässt. So und das war es jetzt von unserer kleinen Haustour im Neuenglandhaus, wo ihr alles über den Innenausbau lernt. Das ist der erste Teil gewesen. Der zweite kommt demnächst. Natürlich freue ich mich wieder über eure Fragen und Hinweise in den Kommentaren unter diesem Video und vergesst nicht jetzt, diesen Kanal auch zu abonnieren. Dann werdet ihr immer informiert, wenn wir ein brandneues Video haben. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, dann wird es auch anderen Zuschauern empfohlen. Und jetzt sehen wir uns im nächsten Video.